Wenn Sie Ihrem Kleinsäuger mal einen Ausflug gönnen und er auf Tour geht, kann auch mal ein kleines Malheur passieren. Hier ist der BAFA Fleckentferner ein praktisches Hilfsmittel. BAFA Fleckentferner wirkt auf der Grundlage nützlicher Mikroorganismen. Der Fleckentferner beseitigt Verunreinigungen durch das Aufbrechen der organischen Abfallstoffe mit Hilfe von Enzymen. Der Fleck löst sich rückstandslos auf. Der BAFA Fleckentferner ist ein universeller und wertvoller Helfer für nahezu jeden Heimtierhaushalt.